gedämpfte und ungedämpfte schwingung auch wieder für unsere mediziner wir stellen uns mal folgenden versuch vor wir haben hier ein pendel da haben wir einen neuen blumentopf der hat ja unten meistens ein loch und da füllen wir ganz dünnen sand rein ich habe den mal jetzt hier rot gefärbt den sand und jetzt machen wir was anderes wir legen darunter meinetwegen eine lange tapetenbahn und ziehen die ganz locker darunter hinweg in diesem fall habe ich mal umgedreht weil wir ja meistens von links nach rechts gucken also ich hätte das pendel wahrscheinlich hier hin tun sollen ist jetzt egal dann würde sie sand spur einer ungedämpften schwingung so aussehen dass die amplitude konstant bleibt das heißt also das pendel schwingt nach links und rechts oder hin und her gleichmäßig weiter immer gleichmäßig das wissen wir das gibt es nicht in der realität und deswegen stellen wir uns jetzt mal vor wir machen den gleichen versuch mit einem pendel was wirklich durch luftwiderstand hier kommen ja noch ein paar paar widerstands körper in form von großen wedeln oder sowas anbringen so dass die luftreibung uns die amplitude praktisch irgendwann zunichte macht dann wäre die amplitude in abhängigkeit von der zeit das wäre ja diese kurve abnehmend immer weiter abnehmend achtung die frequenz ändert sich nicht das heißt die periodendauer der schwingung die bleibt stets konstant das hat also damit nichts zu tun lässt sich das mathematisch beschreiben und klar und zwar easy das wissen wir aus den sinus funktionen das kennen wir alles schon notfalls ich glaube ich werde hier mal ein paar links anbringen immer immer hier darauf achten dass ihr da könnt ihr ruhig aufklicken das video bleibt dann hier stehen und wartet auf euch hier verpasst nichts wenn wir jetzt sagen okay die amplitude die ändert sich aber die reine schwingungsdauer also die frequenz der schwingung mit eingebaut die bleibt konstant dann kann man doch das als sinus funktion so auffassen soll ich sagen okay zwei p mal f mal t f ist die frequenz t ist die zeit die gerade vergangen ist drückt uns grundsätzlich aus wo der eimer sie oder dieser blumentopf sich gerade befindet also weiter links weiter rechts und so weiter und stört euch nicht an diesem winkel hier phi 0 beschreibt praktisch da wo wir anfangen den sand hinzuschütten also ich könnte ja auch hier an an der stelle angefangen haben dann wäre nebenbei gesagt die periodendauer wenn ich sage ich fange hier an ich habe also das pendel ausgelenkt dann ist eine komplette periodendauer von hier bis t von hier bis hier das wäre dann t und demzufolge den gleichen versuch hier so gemacht und das das heißt von hier bis hier das ist phi 0 darin drückt sich das aus also wo ich anfange 0 im zeitpunkt 0 wo habe ich den behälter angefangen lassen zu schwingen wo habe ich angefangen aufzuzeichnen so kann man sich es vorstellen wie gesagt da das da die frequenz ja gleich bleibt können wir sagen dieser blaue term der bleibt bei der ungedämpften und der gedämpften schwingung gleich hierauf komme ich gleich und jetzt führt man ein man muss irgendwie dieses abnehmen der amplitude mathematisch ausdrücken indem man sagt okay in der natur gibt es im wesentlichen die funktion also nicht die exponentielle funktionen überhaupt sondern die mit der euler'schen zahl die nimmt man praktischerweise dabei aber wie man den wert herauskommt das ist also eine funktion noch eine funktion beide verkettet wie man den wert der herauskommt bestimmt das macht man mit dem sogenannten dämpfungs faktor warum habe ich aber hier noch ein minus dabei betrachten uns noch mal eine funktion die typische e hoch x geht zum beispiel von links nach rechts sage ich jetzt mal so locker und genau das spiegelbildliche ist wenn ich hier ein minus anschreibe daher kommt es und wir wollen ja auch letzten endes dass der funktionswert immer weiter abnimmt das wäre jetzt der kurvenverlauf dieses abnehmen das geht eigentlich erst ab hier los hier kommt der spannende teil so und diese dämpfungs konstante sagt man dazu die kann man natürlich entsprechend einsetzen je nachdem wie doll wirklich das system gedämpft ist und dementsprechend erhält man als funktionswert dann einen entsprechenden noch flacher verlaufenden grafen oder bei ganz starker dämpfung saust die kurve schneller ab so das war der ganze hintergrund mehr ist da nicht das heißt also noch mal zusammengefasst die haben beide ach so ich wollte noch etwas eingehen wir haben beide im wesentlichen den gleichen funktionsaufbau nämlich eine sinusfunktion peng und die amplitude nehme ich mit etwas mal was sich in diesem fall in abhängigkeit von der zeit ändert hatte ich gerade gesagt wie warum funktioniert dieses auch hier so dass eins herauskommt na ganz einfach wenn ich den dämpfungsfaktor 0 nehme dann kann ich oben stehen was will mal t kann noch so groß werden aber etwas mal 0 auch wenn es nur minus 0 ist bleibt 0 hoch 0 heißt aber ich lande grundsätzlich bei 1 das heißt hier bei der ungedämpften springung und würde stets dieser grafen verlauf rauskommen achtung das wäre aber schon mit dem hoch minus 0 mal t wäre also eine komplette gerade gut ich hoffe das hat zum gesamtverständnis der gedämpften und ungedämpften schwingungen beigetragen auch mit der mathematischen formulierbarkeit und ich wünsche was schönes macht's gut tschüss